hey hau meine lieben heute wird es wieder mexikanisch ich mache mir heute tacos das video fällt unter die kategorie reingeschmeckt und warum reingeschmeckt leute ich habe jetzt so oft schon selber chili con carne gemacht in allen varianten in der älteren version habe ich sogar komplettes gewürz selber gemacht kann man immer noch nachlesen steht immer noch drin richtig geil und jetzt möchte ich nach so vielen jahren ganz einfach mal wieder so fix probieren es soll schnell gehen es soll lecker sein wenn es hundertprozentig schmeckt dann spiele ich dann natürlich noch ein bisschen rum und soeben fällt mir ein ich habe kein käse gekauft vielleicht habe ich noch einen im kühlschrank schauen wir mal verdammt noch mal ja damit es aber ein bisschen frisch ist habe ich wirklich frisches hackfleisch vom metzger geholt und es gibt auch frische zutaten mit rein und ich mache zwei tipps dazu einmal die grüne hau gott sah mir fällt schon wieder nicht mehr ein wie es heißt und eine sour cream ja genau lange rede kurzer sinn warm aus andios adios ne adios heißt tschüss und gehen wir rüber in die kleine aber feine küche wo ich noch nichts vorbereitet habe das mache ich jetzt und dann sehen wir uns drüben wieder andere andere ich habe meine lieben guacamole war es jetzt ist mir wieder eingefallen gerade beim rüber laufen und ja ich fange hier jetzt mal an eben mit der guacamole ich habe für alles oder für die guacamole und die sour cream schon das zeug dastehen creme fraiche saure sahne frischkäsezubereitungsdings eine limette dieses mal haben sie sie einzeln verkauft zur not noch ein bisschen quetscht zitrone zum mädchen die avocado eine zwiebel knoblauch basilikum koriander petersilie und schnittlauch und naja ich fange jetzt ganz einfach mal an mit dem zeug und lasse einfach die kann mitlaufen die guacamole haben wir ja letztens schon gehabt im prinzip fast das selbe spiel vielleicht ein klein bisschen abgeändert keine ahnung könnt ihr ja hinterher reinschreiben so extrem viel von der tipp geschichte brauche ich ja eigentlich ist ja nur für mich alleine ist das kernding jetzt hier mit weg na komm raus aber ich mache halt hier jetzt trotzdem ein komplettes portionchen naja werde ich schon weg bekommen nein schale will ich nicht heute habe ich es mit dem daneben schmeißen die avocado ist auch nicht ganz so weich wie die letzte ich denke eine halbe tomate wird mir reichen da drin genauso wie eine halbe zwiebel mehr brauche ich da nicht hatte ich eigentlich in der letzten guacamole eine zwiebel drin ich weiß es nicht mehr haben wir mal schauen wir mal ob wir da ein bisschen an saft rauskriegen ein bisschen was auf alle fälle die andere nehme ich dann für die saft rauskriegen ja brauche ich auch ein bisschen was aber gleich noch ein bisschen zitronensaft da mit rein dann ein klitzeklein bisschen koriander ich übertreibe es vielleicht wieder mit dem gewürzen aber das hat ja auch relativ gut geschmeckt basilikum ein bisschen was ein bisschen getrocknete petersilie auch dann noch das crème fraîsch so und diese guacamole wurde jetzt rein aus dem gedächtnis raus gemacht also wirklich ohne rezept vorlage ohne alles und ich bin gespannt ob die schmeckt aber das wissen wir gleich habe ich das letzte mal bloß den halben becher von dem crème fraîsch verwendet boah leute ich weiß es nicht mehr so ganz genau aber egal nicht immer so schön zu sagen pflege ja ich glaube ich habe wirklich einen halben becher plus verwendet gehabt das ganze schicken wir jetzt in die kühlung weil das brauchen wir ja erst später aber schlecht ist ja nicht definitiv zu viel crème fraîsch drin aber trotzdem lecker so zwiebeln klein zweite zwiebel auch klein geschnibbelt also in dem rezept hier da habe ich jetzt ein rezept das nehme ich bloß als grobe vorlage wollen sie dass man die zwiebel würfelchen mit zwei esslöffel wasser aufkochen und dabei das wasser verdampfen lassen abkühlen lassen das mache ich jetzt nicht den arbeitsgang spare ich mir ich will noch keine gewässerten zwiebeln wo habe ich die knoblauchpresse hier kommt jetzt der knoblauch mit rein dann pressen wir die dinger gibt es ja auch in grün nur habe ich die schon lange mal gesehen hier kommt nur schnittlauch mit rein frisches schnittlauch das sollte ein bisschen mehr sein dann die saure sahne und der frischkäse da schaue ich dass die menge ungefähr eins zu eins ist ungefähr leute ungefähr ein bisschen zucker brauchen wir auch noch schreiben sie also haben wir noch ein klein bisschen zucker mit rein salz und pfeffer wie gehabt schmeißen den deckel da rein ja und dann heißt es wieder aufrühren und probieren perfekt wo ist das geil und der knoblauch kommt auch schön rein dann kommt es jetzt auch noch in den kühlschrank ich gehe hier schnell um und dann geht es schon weiter mit unserem Chili wenn ich hier überhaupt umbauen muss wenn wir uns nicht gleich am Herd wieder sehen schauen wir mal so und nach einer kurzen Pause von mir geht es hier jetzt weiter Paprikas und Tomate für die frische ich lasse jetzt den Käse weg da habe ich eine andere Idee noch mit Tacos die mache ich aber mal wenn ich hier nicht alleine bin jawohl und da kommt dann Käse ins Spiel viel Käse ja was ist hier jetzt der Unterschied zum Rezept hier hinten drauf ähm tötötötötöt Bohnen äh wups naja gut müsste passen von der Menge her Mais ist definitiv etwas mehr als hier drauf steht äh 200 Gramm Hackfleisch ähm ich habe hier 350 364 Gramm also entweder hat die Tante da was auf den Ohren gehabt oder ich habe so genuschelte beim Einkaufen und 300 Milliliter Wasser das ist alles was wir brauchen Öl habe ich schon in den Topf reingegeben die Bohnen tue ich bloß abgießen nicht abspülen gibt für mich mehr Geschmack rein und äh ja Paprika schneide ich dann bloß so ein paar Streifchen ab genauso wie von der Tomate und tja dann würde ich sagen gehen wir rüber am Herd und probieren wir das äh Knorr Chili con Carne fix aus und gucken wie das schmeckt tja reingeschmeckt ihr seht es ich habe bloß einen kleinen Topf heute sollte ausreichen Hackfleisch Bohnen Bohnen tue ich gleich nebenbei abgießen das Öl was drin ist ist gerade am erhitzen ein Sopter wärmer Öl könnte warm sein eventuell aber auch nur eventuell tue ich ein bisschen Brot tue ich nachher noch ein bisschen Mehlschwitze hinein aber das sehen wir nachher ob das Ganze dann ja fest genug ist weil ich will ja das Chili kann gar nicht zum Taco füllen nehmen und wenn es dann zu flüssig ist läuft die ganze Brühe natürlich raus und ja jetzt gucken wir mal also jetzt brate ich erstmal das Hackfleisch ordentlich an und dann geht es weiter oder leh die Flüssigkeit ist rausgedampft und bevor man das unten jetzt komplett ankoppelt kommen jetzt die 300 Milliliter Wasser hinzu wie es drin steht und wird das fix hier eingerührt ich bin ja echt gespannt Leute wie das schmeckt ich bin ja echt gespannt wie gesagt vor zig Jahren hat man das so gemacht bevor ich oder habe ich das auch schon so gemacht oder wurde auch schon so gemacht wo ich mitgegessen habe bevor ich dann ja wirklich selber alles gemacht habe und ich will jetzt mal in Erinnerung schwelgen sozusagen was steht denn als nächstes drauf gebe Bohnen und Mais dazu und koche das Chili unter Rühren auf dann machen wir das also das ist definitiv zu flüssig das kann ich jetzt schon sagen da werde ich mir jetzt gleich ein bisschen eine Mehlschwitze ansetzen um das nachher noch ein bisschen einzudicken lasst das Chili zugedeckt bei circa fünf Minuten bei schwacher Hitze zugedeckt circa fünf Minuten Garen rühre ab und zu um hey Leute ich hebe nicht jedes Mal den Deckel runter so also ein bisschen aufköcheln ein bisschen köcheln lassen und dann kommt noch die Mehlschwitze mit rein und jetzt probiere ich das ganze Konstrukt einmal dann schmeckt es raus dass es ein Backerl ist es ist nicht schlecht aber wer es kennt oder wer es weiß schmeckt definitiv raus dass es ein Backerl ist so naja ich bin hier gerade noch an Mehlschwitze anruhen ich habe jetzt einfach das Ding hier genommen wo der Meisterin war die Dose ja brauche ich nicht extra wieder irgendwas anderes ausspülen nachher sprich wieder Geschirr gespart dann räumen wir doch mal man könnte hier jetzt natürlich noch eine Sahne mit rein zum verfeinern und 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 oder geschredderte Tomaten wäre jetzt alles möglich aber das will ich ja gar nicht das soll ja bloß meine Taco-Füllung werden bloß ja dann schalten wir ein bisschen runter und lassen wir das ganze jetzt einfach noch ein bisschen vor sich hin blubbern und noch ein bisschen eindicken und dann ist fertig irgendwann mal in grauer Zukunft so Leute dann wären wir schon wieder hier die zwei Dips Chili con carne habe ich übrigens noch ein klein bisschen Mehl dazu und Salz und naja was soll ich sagen man kann es essen man kann es wirklich essen schmeckt zwar ein bisschen nach Industrie-Futter aber es geht ja und ich mache mir jetzt hier genau ein Taco ich weiß auf alle Fälle was ich morgen essen werde zu meinem Geburtstag da wird es eine Erweiterung von dem Video geben definitiv haben wir uns hier ein bisschen Paprika rein ein bisschen Tomate und anfangen tun wir mit dem Dip hier das nächste Bissen wird dann rein theoretisch der Dip so und dann klatschen wir uns das in heiß probieren wir wie das zusammen schmeckt ich hoffe das ist jetzt nicht zu heiß und dann wie ist man die tacos normal? keine ahnung aber mit dem Dip und so, richtig geil oh, heiß Gott sei Dank steht hier der Teller drunter Tropf, Tropf, Plopp Moment und definitiv so eine geile Sauerei zu dem Chili con carne, muss ich sagen, es hat einen leichten Industriegeschmack also, man schmeckt es raus, dass es aus dem Packerl ist aber jetzt so für einen Taco als Füllung optimal geht ruckzuck kann man mal machen kann man mal machen ansonsten Chili con carne lieber komplett selber machen ganz klar und die Dips sind richtig, richtig geil die werde ich mir jetzt noch mit einem oder zwei Tacos schmecken lassen und dann seid auf das nächste Taco Video gespannt weil ich habe da noch eine Idee vielleicht kommt morgen noch jemand zum Essen vorbei an meinem Geburtstag auf alle Fälle gibt es da das Chili mit den Tacos in einer bisschen anderen Variation und ich glaube das wird auch ein geiles Essen ja Leute in dem Sinne wenn das Video gefallen hat ein Däumchen nach oben ein nettes Kommentar Abo ihr wisst Bescheid und seid gespannt auf das zweite Taco Video ich sag dann mal Czajkowski ich richte mir jetzt nochmal einen Taco her und dann gehe ich in Ruhe zum Essen genau das mache ich jetzt Jami